Du bist nicht schade. Nachdem sich die Theorie, dass Adria ein Gefühlsmonster ist, als Wahrheit herausstellte, trieben die Fans das Theorien-Game auf eine ganz neue Ebene und stellten erfolgreich viele sehr logische Theorien auf. Ich habe einige dieser interessanten Theorien zur Staffel 6 verfolgt und ich muss sagen, dass einige wirklich Sinn ergeben, während andere wirklich, naja, meh sind. Und in diesem Video werden wir über diese neuen Theorien sprechen, die wirklich wahr werden könnten. Wenn du bereit bist, dann schau einfach dieses Video weiter. Ceres ist Manon. Die Theorie fängt damit an, dass Ceres und Manon sich sehr ähnlich sehen. Ähnliche hellbraune Haut, braune Augen und dunkle Haare. Manons Outfit mit den fliederfarbenen Blumen könnte sogar eine kleine Anspielung auf Ceres Verkleidungsnamen Lila sein. Sie haben darüber hinaus die gleiche Ähnlichkeit, wenn Manon akumatisiert wird. Manon kontrolliert Menschen mit Puppen, so wie Ceres versucht, Menschen mit ihren eigenen Lügen zu manipulieren. Ironischerweise teilen Ceres und Manon sogar das gleiche Schicksal. Ihre Mütter sind immer beschäftigt und arbeiten als Fernsehreporterin. Außerdem sind sie beide in Sabines Malkurs. Die anderen Leute hingegen in der Klasse sind unbekannt. Bis auf eben Nadja Chamak und Ceres. Und sollte ich die Tatsache erwähnen, dass sie in dieser Folge überhaupt keine Rolle gespielt haben? Das kann doch kein Zufall sein. Auf keinen Fall. Ceres hat Armbänder an ihrem Arm. Es sind genau drei an der Zahl. Diese Armbänder könnten die Anzahl ihrer Freunde widerspiegeln, die Alias Schwestern und Ninos Bruder Chris sind. Erinnert ihr euch noch daran, als die Folge zu kompliziert herauskam und die Fans sehr enttäuscht von dieser Folge waren? Auf Twitter hatte Thomas Aestrog den Zuschauern gesagt, dass dies eine der wichtigsten Episoden der Serie sei. In Timetager sahen wir, wie Chris sich in einen Superschurken verwandelte, der durch die Zeit reiste. Jetzt behaupten die Fans, dass Ceres, die das Miracalistisch-Matterlings erhalten hat, Chris manipulieren und akkumatisieren wird. Und dass sie dann in der Lage sein wird, mit der Zeit zu spielen. Wie dem auch sei. Was denkt ihr über diese Ähnlichkeiten zwischen Ceres und Manon? Glaubst du auch, dass die Serie angedeutet hat, dass sie dieselbe Person sind? Wir bleiben gespannt. Luka wird der nächste Hüter sein. Wenn die Dinge schwierig werden, bleibt Luka ruhig und denkt schnell. Er ist sehr zuverlässig, vor allem in kniffligen Situationen, in denen er seine Kräfte klug einsetzen oder wichtige Dinge beschützen muss. Obwohl er eine Zeit lang nicht da war, kam Luka stark zurück, um im Kampf gegen Monark zu helfen. Er musste Paris für eine Weile verlassen, weil er die wahren Identitäten von Ladybug und Cat Noir kannte und keinen Ärger wollte. Wir wissen, dass Suhan einige Probleme hatte, sich an die neue Welt anzupassen. Luka ist also der perfekte Ersatz für ihn. Denn er hat auch mit Suhan, einem Hüter, trainiert, um besser kämpfen zu können und mehr über die Miraculous zu lernen. Durch diese Art von Training ist er also noch besser in der Lage, große Verantwortung zu übernehmen. Aber damit ist es noch lange nicht getan. Er ist zudem ein wirklich guter Freund, der Menschen versteht, wenn sie verwirrt sind oder sich verloren fühlen. Er ist für Menschen da, wenn sie einen Rat brauchen oder einfach nur jemandem, der ihnen zuhört. So wie wir es bei der Folge der Plattenvertrag gesehen haben. Natürlich könnte man jetzt sagen, dass wenn Cerys erfährt, dass Luka die geheime Identität kennt, sie versuchen wird, ihn zu akumatisieren. Ja, das ist wahr, aber das wird nicht viel bringen. Luka ist ein Hüter, das heißt, wenn er einen Akuma sieht, kann er ihn leicht wieder loslassen. Er hat die Fähigkeit, der Hüter Akumas zu vermeiden, wie wir es in der Episode von Master zu Monster gesehen haben. Und auch diese Theorie ist sehr wahrscheinlich, denn Lukas Kwami-Sais ist der Anführer der Kwamis. Also könnte Luka auch einer werden. Marinette wird ihr Gedächtnis verlieren. Marinette könnte ihr Gedächtnis verlieren, denn die Hüterin à la Miraculous zu sein, ist eine große Verantwortung. Meisterfuß Leben wurde sehr isoliert, nachdem er nicht mehr der Hüter war. Er musste sich vom Menschen verstecken und sich sogar von jemandem trennen, den er liebte. Die Schatulle hat einen besonderen Zauber, der verhindert, dass der Hüter sich an Dinge erinnert, so wie Kwamis die Identität ihres Besitzers nicht preisgeben können. Selbst wenn Marinette ihre Rolle als Hüterin weitergibt, muss sie wegen dieses Zaubers vielleicht ihr Gedächtnis verlieren. Aber im Miraculous Ladybug gibt es immer eine Lösung. Trotz dieser Herausforderungen könnten Marinettes starke Gefühle, insbesondere ihre Liebe zu Adria, eine starke Kraft sein. Die Liebe hat das Potenzial, sie vor dem Verlust ihrer Erinnerungen zu bewahren. Vielleicht brauchen wir das aber gar nicht. Stattdessen wird Adria ihr einfach alles erzählen und sie wird das Zauberbuch lesen. Ich hoffe wirklich, dass diese Theorie nicht wahr ist. Wo willst du denn bitte hin, Noro? Kommen wir zur nächsten Theorie. Noro wird Lila verraten. Das klingt nach einer komplexen Situation für Noro. Es gibt in der Tat mehrere mögliche Fluchtwege, jede mit seinen eigenen Herausforderungen. Eine Möglichkeit wäre, dass Noro Ceres' mangelnde Erfahrung mit dem Miraculous ausnutzt, ähnlich wie Nathalie die Faunbrosche an sich genommen hat. Es ist jedoch ungewiss, ob Ceres ihrem Kwami Regeln auferlegen wird oder ob sie weiß, wie sie Noros Handlungen kontrollieren und einschränken kann. Zum Beispiel in der Folge Sandboy wollte Noro fliehen, aber Gabriel hat es verboten. Ich bin mir sicher, dass Ceres, nachdem sie das Teppet gelesen hat, in der Lage ist, Noro zu kontrollieren und alle Möglichkeiten zu vermeiden, die er versuchen könnte, um sie zu verraten. Kommen wir auch schon zur letzten Theorie für heute. Marinette wird Lila finden. Marinette könnte natürlich eine Strategie entwickeln, um Lila zu finden. Sie könnte eine ähnliche Rolle wie Rina Furtive einnehmen, indem sie Lilas Bewegungen und Handlungen aus der Ferne beobachtet, ohne direkt in Kämpfe verwickelt zu werden. Indem sie geduldig abwartet und Lila verfolgt, könnte sie ihr Versteck entdecken oder mehr über ihre Pläne erfahren, ohne auf sich aufmerksam zu machen. Andererseits könnte Marinette die Hilfe anderer Superhelden in Anspruch nehmen, deren Identitäten unentdeckt sind und deren Kräfte für die Spionage nützlich sind. Die Helden, die wir in der Episode Torjäger gesehen haben, können einzigartige Fähigkeiten besitzen, die bei der verdeckten Überwachung und dem Sammeln von Informationen über Lilas Aufenthaltsort und Absichten helfen könnten. Okay Leute, das waren alles interessante Theorien, wo wir jetzt gemeinsam in den Kommentaren versuchen könnten, eine Antwort dafür zu finden. Vergesst bitte nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Kommentiert gerne eure ganzen Gedanken dazu, ich werde sie alle lesen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao! No! No fair! You always win! Rose! You won't be needing this anymore. No! Mommy, please don't! I didn't steal that doll! I want that doll! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020